Ich seh jetzt von hinten? Ja. Von hinten jetzt. Also, viel, viel Dank, Bullit. Er war schon auf dem Berg hier unterwegs. Also, wir haben jetzt ja... Viel Dank, Bullit, dafür... Lönch dich! Oh, Aris ist sogar schon hier. Ich bin... hier oben, ja. Wo ist ein Luggi eigentlich? Junge, ich... Aris, du bist so eine dreckige, kleine Schlange, Alter. 1, 2, 2. Fahr den Punkt. Ja, jetzt hab ich... Ah, ne, ne, ne. Jetzt hab ich wieder quit. Aber ganz sicher. Ey, guck. Sehr reizend Deko. Sehr reizend. Perfekt. Hahaha. Wie hat's funktioniert? Äh, so kommt es... Also, ich bin durchgekommen. Ja, das ist sehr schön. Wuff! Und ein wunderschönen Hakuna, meine Tatas. Ich glaub, der einzige deutsche YouTube-Kanal, wo man einfach mit Tierlauten begrüßt wird. Ich begrüße euch bei einer BS-Troll-Core-Map. Troll und Rage-Garantie von Bullet. Ja, wird legendär. 30 Prozent. Deswegen haben wir auch den guten Nugi dabei. Sollte für den auch kein Problem sein. Und Deko und Aris ist natürlich auch dabei. Herzlich willkommen, Leute. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Was geht ab? MÜV! Wir haben ein bisschen Troll und Rage und wir haben alles dabei und das gemeinsam mit Nuki. Oh, die Bremse. Oh, lol. Hä? Nein. Ist das so? Nein. Okay, wir haben aber wirklich ... Die kann nicht scheiße sein, wirklich. Fick dich, Marvin. Die kann nicht kacke sein. Oh, ich hab schon mal was gefunden. Hier, hier, hier. Ey. Das ist doch fake. Nein, Alter. Oh, was ist das hier für ein Mist, ey. Jetzt muss man hier wieder versuchen, den scheiß richtigen Weg zu finden, Alter. Ey, ich kann da nichts für, wirklich. Ja, das weiß ich auch. Du hast die Map ja auch nicht gebaut. Einfach nur von hinten lang fahren. Ja, aber warum? Das ist so hart useless einfach. Ich seh das? Von hinten? Ja. Ja, von hinten. Also, Fifi Dambulli. Ey, Troll und Rage garantiert. Fifi Dambulli dafür. Lass dich! Wir haben ja jetzt einen Troll gehabt, ne? Wo ist der Rage? Den hat der Aris gerade. Ich dachte, der kommt dann nachher erst. Aber ich wurde zum Glück nicht komplett weggepfeffert, ey. Wie? Oh, dass Marvin da wieder lucky durchgekommen ist, Alter. Nein, ich bin auch unten, aber ich muss nicht ganz, du scheiße vor allem machen. Boxer Shorts, Alter. Digga, warum? Bullet hat eine neue Map rausgehauen. Bullet stinkt, scheiße. Vierter Versuch. Map-Name, vierter Versuch. Weißt du, was kommt? Wahrscheinlich PR4, oder? Yes, baby. Nein, 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 nein. Alter, du. Schade. Ich will... Wow, Alter. Ich hab fast beide erwischt mit dem Ding. Schade. So, was ist jetzt Phase hier? Digga, wo ist denn jetzt Aris? Äh, Nugi, meine. Nugi. Ich bin hier. Ich bin hier. Ah, ich will die haben. Nein, 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 nein. Ja, ja, die will ich haben. Ey, geh weg da. Äh? Lol. Alter, hast du ein Glück, ey? Ah! Ja. Lutsch, Junge, lutsch. Okay, und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Runde. Äh, weitere Wahnsinnsfahrt, Fahrt, Fahrt. Hallo. Okay, dann machen wir weiter, ne? Ähm, ich glaube, wir müssen nur ganz nach oben kommen, oder? Ist das richtig? Äh, ja, bestimmt. Nein, Deko, nein. Nuh, 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 nuh. Nuh, 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 nuh. Wie seid ihr da jetzt raufgekommen? Er war hier nach oben! Achso, habt ihr das Zimmer? Nein, nein. Wo ist er, wo ist er? Können wir egal was fahren? Ich fahre da auch mal hier lang. Hallo, das war mein Weg! Oh! Oh! Was müssen wir denn da machen? Digga, ich bin... Das ist doch vollkommen falsch. Wo ist der Punkt? Wo ist der Punkt? Okay, das ist falsch gewesen. Hä? Fick dich, Bullet! Hier vielleicht lang? Ey, ich... Digga, ich weiß doch jetzt schon... Ey, das ist richtig. Meine Fresse, was ist das? Ey, das ist wirklich richtig gewesen, Alter. Das ist mein Punkt gewesen. Was müsst ihr denn machen? Erzähl! Hör auf! Ja, sag doch mal, was müsst ihr denn machen? Fahr doch da hoch einfach, Alter! Ja, wo denn? Es gibt tausend Wege! Ja, nur noch einfach irgendeinen. Ja! Aber nicht mein! Ey! Egal! Ey! Jo! Warte, Aris auch noch mal! Alter, bist du mies! Du mieser Faker! Warum?! Das hab ich alle mal abgejagt und jetzt warte ich auf euch! Ach so, da lang! Warte mal, ich seh doch hier was! Warte mal, ich seh doch hier was! Warte mal, war das hier? Ne! Hä? Wie komm ich denn da hin, Leute? Aber ich würde nochmal respawnen, das kann es nicht sein! Warte mal! Ah, toll! Warte mal, ich respawn nochmal, es war bestimmt, man muss da gar nicht bestimmt hoch, oder? Was für ein Punkt? Ist das hier? Warte mal, hier? Ja, vielleicht! Ich hab' diese Straße schon gesehen, aber die führt doch nirgendwo hin, oder? Ne, das war so einfach, Alter, das war so einfach! Aber er ist auf jeden Fall hier lang gefahren, wo ich gerade lang gefahren bin. Ne, das war auch falsch! Okay! Also ich habe den einfachstmöglichen Weg genommen! Er ist einfach runtergefahren! Das kannst du auch nicht gewesen sein! Doch! Weiß ich nicht! Einfach von ganz unten, vom Spawn oben, die Wand hochgefahren! Aber das kannst du... Glaube ich nicht, dass das der right way to go ist, oder? Ich glaub schon, ist er! Hä? Never, Digga! Warte mal, guck mal da irgendwie... Natürlich! Da ist noch so ne... Mein Gott, wie sch... So ne Street hier, das ist noch so ne Street! Das ist einfach viel zu stumm! Hier ist noch so ne Tube! Oh! 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 Okay, aber dann scheint das... Also ihr sagt, das ist right, ja? Okay! Ja! Also ich würde sagen, das ist right! Safe! Okay, jetzt müssen wir wieder nach unten! Aber... Ich gebe mir selber recht, das ist keine Überraschung! Das heißt, wir dürfen alles hier komplett Level-Agent und so wie es passt, ja? Aber ich gebe... Jaaa... Du willst da über die Leibplank rüber, ne? Jaaa, Kirby-Hose! Lol! Ja, Kirby-Hose! Gut! Du musst einfach wieder nach unten, ne? Dann wieder nach unten! Eine Etage, da wo du vorhin warst! Quasi! Jaaa, ich will das nicht! Oh! Marvin, warum?! Komm! Ich habe dich nicht einmal jetzt getrollt! Ernsthaft! Warum?! Ein Troll-In-Fun-Race! Ne? Ich dachte mir, wir haben Spaß zu haben! Jaaa! Hehehehe! 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 Ach, da muss man jetzt wahrscheinlich die schwarze Scheiße nehmen, da! Ah! Hallo, ey! Hehehehe! Ja, was?! Habe ich dir geschuldet?! Du bist falsch! Ja, scheiße! Ich habe aber, also ich versuche jetzt hier einen Weg, von dem ich weiß, ob er richtig ist! Es gibt tausendmal einfacher, aber ich versuche jetzt den hier! Also ich warte so einigermaßen auf euch! Okay, die schwarze Rampe müsst ihr nehmen, schwarze Ramp! Und dann kommt ihr ganz nach oben, also wenn das der richtige Weg ist! Das ist der richtige Weg! Das ist der Weg! Oh nein! Okay! Hat nicht gereicht! Muss noch mal eine weitere Runde fahren! Hallo! Cool! Ein bisschen mehr Speed, Leute! Bestimmt! Nein! Wieso steige ich aus, ey! Hehehehe! 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 Ich bin einfach mit meinen Fettfängern wieder ausgestiegen! Hallo! Okay, ich habe jetzt einen schweren Weg genommen! Oh! Zum nächsten Punkt! Ich denke mal, damit ist es okay, wenn ich ihn einsammle! Ein schweren Weg! Also, ihr wisst jetzt alle, wie der nächste Punkt zu finden ist, ja? Ihr müsst jetzt die Rampe nehmen, die ihr alle schon genommen habt! Ja! Steile Straße hochfahren und die Rampe nehmen! Da war ich gerade noch ein bisschen zu langsam! Brauchst du noch ein paar Meter extra Anschwung holen hier! Oh, Aris ist sogar schon hier! Ich bin hier oben, ja! Wo hast du mich eigentlich auch genommen, Aris? Junge, ich... Was hast du? Du bist so eine dreckige kleine Schlange, Alter! 1, 2, 2! Das war den Punkt! Ja, jetzt ist aber quit! Ah! Nee, nee, nee! Jetzt ist aber quit! Nee, nee, nee! Aber ganz sicher! Aber ganz sicher! Du hackst mir in der Hand ab! Ah, Marvin! Nee, nee, nee! Marvin! So hard got quit! Jetzt geht sie los, Alter! Wen hab ich da jetzt gerade erwischt?! Der miese Sacknacken, Alter! Selber geht da immer nach dem gleichen Prinzip vor, Alter! Was hat er gemacht? Kurz vor dem Punkt! Nee, kurz vor dem Punkt! Ich sage es 3000 Mal als, äh, als Beispiel dafür, was Marvin immer abzieht! Aha! Ja? Dass ich einen, einen Milch-Schnipsel in sein Zimmer geschmissen habe, da kam zu mir rüber, hat meinen kompletten Mülleimer ausgechirrt, jetzt sagt er, ja, ich kann dir nicht eine Backpfeife geben und du hackst mir den Arm ab! Aha! Dieser Lachsnacken, Alter! Das ist genau sein, sein Rache-Prinzip, äh! Rache wird am liebsten nur am besten kalt servieren! Komplett, komplett übertrieben, ey! Marvin geht den einfachen Weg, der richtige Muschi! Ist das der einfache? Ja! Okay, dann schau ich mal, wie das ist! Wo ist denn der nächste? Die Gruppe, die da ist, von dem Speed auf die Tube gesprungen und von da in die Tube. Ah! Ist das, ist das wirklich jetzt der, der way to go, oder? Nein, also es geht wahrscheinlich beides. Du kannst auch unten in die Tube reinfahren. Aber es geht auch mit auf die Tube rauf springen. Geil, ey! Dann fahr Drup! Aber wo ist denn die ganze Zeit? Nugi, Alter! Hast du dir noch eine Pizza reingepfiffen? So! Ich habe nach neun Minuten den dritten Punkt erreicht! Yay! Nice! Übrigens, wenn wir schon mal beim Thema Pizza sind. Nugi hat heute zum Frühstück Pizza. Gibt es das bei euch auch ab und zu? Pizza zum Frühstück? Dega, was hat Nugi für ein Leben, dass er zum Frühstück Pizza isst, Alter! Natürlich Lifestyle, ne? Dega! Was ist das für ein Lifestyle? Richtig helfen! Natürlich! Man muss halt hier Prioritäten setzen und rechtzeitig da sein um 10 Uhr. Aber hier ist es auch komplett Zone, ne? Nein! Wieso steige ich schon wieder auf? Scheiße! Wie kommt ich denn auf die Tube drauf wieder? Das ist das Ding! Wo seid ihr jetzt langgefahren? Ich denke, die Rampe runterspringen zu der Rampe wo wir gerade waren und dann wieder auf die Tube drauf schauen. Ach so meinst du? Okay! Das würde ich sagen. Aber warte! Was ist das hier? Ah! Ey! Jaaaa! Das kann ja funktionieren! Jaaaa! Wo müssen wir denn hin eigentlich? Wir müssen jetzt auf die Tube! Auf die Tube und dann... Wir könnten auch einfach hier die Tube runterfahren. Fuck! Ich bin doch da schon dreimal ausgewichen, Alter! Und jetzt fahr ich rein, ey! Verkackt! Wo ist denn der nächste Punkt jetzt? Auf der Tube! Du musst auf die Tube springen mit der Rampe! Hier ist alles zu! Oh! Hä? Okay, so kommen wir gar nicht hier hin! Wir müssen echt aus der Tube rausspringen! Echt? In welchen Tube müssen wir? Nein! In einen Tube! Wir müssen auf! Auf diese Tube! Den gleichen Job den du gerade schon gemacht hast! Nein! Das glaube ich nicht! Geil! Geil! Und jetzt? Wo seid ihr? Fünf von zehn oder was? Warte mal! Kann man hier jumpen? Sechs von zehn! Sechs von zehn! Wo ist jetzt der andere? Wir sind mit dem Speed auf die Tube drauf gefahren! Ach du Scheiße! Da! Das Ding hier ist zu! Gucken wir nicht auf die Tube! Deko hat den Punkt jetzt auch noch nicht! Habe ich richtig verstanden! Ne! Ich habe sechs von zehn! Probieren! Jaja! Okay! Wenn man jetzt einfach hier vorne einfach lang fährt! Obwohl das hast du auch schon probiert! In die Tube? In die Schwarze? Das habe ich noch nicht getestet! Hier ist aber irgendwann durchge- Cruised! Ja! Und dann runtergefallen in der Mitte! Ah! Bleib mal hier in der Mitte! In die Schwadde! Sehr reizend! Deko! Sehr reizend! Perfekt! Hat funktioniert! Also ich bin durchgekommen! Ja! Das ist sehr schön! Aber ich frage mich, ob wir da überhaupt hinkommen, weil es ist ja in der falsche Richtung! Ja! Ich weiß auch noch nicht! Aber ich teste es jetzt! Wow! Sorry! Alles gut! Ähm! Da! Meinte Deko! Hier ist richtig! Hier war eine Bremse meine ich! Nice try, Bro! Hallo! Ich versuche jetzt den Sprung rückwärts! Ich weiß nicht, ob es klappt! Da ist auf! Wow! Nicht schlecht! Okay! Rückwärts geht der Sprung! Dann machen wir auch rückwärts! Ich habe Angst, dass hier irgendwo noch einen Speed eingewollt! Als Zeichen meiner Gastfreundschaft! Ich schieße meine Rakete sogar weg! Ja! Ich will hier ein Loch reinmachen! Äh! Aber wo ist jetzt der Punkt hier oben, Leute? Warte! Du musst da rein cruisen, Brody! Ah! Da unten! Ja! Deko! Was machst du da? Ich mache diese Anionation! Ich mache diese Scheiß! Weil ich Angst habe, dass da irgendwo ein Speed versteckt ist! Ja! Das doch durchfahren! Ich rückwärts einfach! Warte! Ich liebe es! Oh! Ich glaube da muss jetzt durchballern! Ich würde sagen, wir ballern einfach durch! Ich habe eine Rakete! Ich würde sagen, wir ballern da jetzt einfach durch! Oder? Fullspeed! Nein! Du sollst nicht Fullspeed fahren! Du sollst rückwärts fahren! Warte! Ich sag's ihm gerade noch, Alter! Ich wollte direkt rüberspringen! Okay, Nuki, ich zeig dir den Weg! Rechts! Ja! So, und jetzt einfach... Achtung, hierauf ist ein Speed! Oh nein, 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 nein! Ich fahr zu schnell! Du bist über den Speed rüber! Alter Schwede! Äh, seid ihr jetzt hier gerade gefahren oder rückwärts? Rückwärts! Alles rückwärts! Komplett! Besser ist! Da wo Nuki ist... Warte! Da wo Nuki ist, warte! Hä? Ja, rückwärts! Das ist ein Speed, du musst rückwärts fahren! Äh, da hast du Bremsen mal nicht! Warte mal, ich test das nochmal hier! Boah! Ja! Okay, du kannst dich aber retten! Geht es in der Luft? Ja, aber das? Muss ja nicht! Du musst wieder stimmen! So! Wo ist Nuki? Du kannst das wieder vorwärts fahren? Soll man da schon mal nach dem nächsten Punkt schauen? Oder lass auf Nuki warten? Der ist ja egal, oder? Ja, der ist gleich hier! Ich hab mich aufgeholt! Ja! Hast du gesehen? Ja, hab ich! Ich hab durch dich durchgeschossen! Äh! Eh! Nicht so schnell, nicht so schnell! Nur weil ich der Highlander bin! Ey! Rückwärts! Du musst hier lang und rückwärts! Hier lang und rückwärts! Okay, okay, okay! Weil hier ist so ein Speed! Siehst du, hier so? Hier kommst du dich hoch so! Ah ja, den hab ich von unten gesehen! Nee! Safety first! Du weißt! Oh, ich kugel! Aber, well... Jetzt können wir mal testen, ob das ein Fake-Punkt war! Nein Alter, wie lange möchtest du dann noch warten? Das war garantiert ein Fake-Wunkt. Meinst du echt? Das wär richtig böse gewesen. Das wär schon hart, assi. Digga, jetzt gibt's hier nen kleinen geilen Hindernisball, da bin ich dabei. Geil, Alter. Nogi, kriegst das hin? Ja, easy. Oh fuck! Alter, der Aussortiere ist aber böse. Oh ja, ja, da kann man mal verkacken. Naaaaa, du meser Hund! Ich bin durch, ich bin unten oder oben. Ey Bullet, Alter, fick meine Eier! Räum auf Silko, räum auf! Es hieß... Fullspeed! Oh. Was? Ja? Fullspeed. Ey, dieser Random Dicer, ne? Zweimal da gewesen, zweimal verkackt, instantly. Nein! Geiler Typ, Alter. Ich geb euch den Tipp, ganz, ganz, wenn alles schon durch ist, ja, alles vorbei, fahrt oben. Lass nochmal eine unsichtbare Bremse. Also unten fahren. Unten ist die unsichtbare Bremse, oder? Unten ist die unsichtbare Bremse, ihr müsst oben fahren. Scheiße, Alter, ich weiß nicht, ob ich dir glauben soll, Alter. Fühl dich. Hä, wann hab ich denn mal gelogen, Alter? Ey, du wieser Arschficker! Was denn? Hä? Was denn? Also das Ding ist jetzt oben. Also ich bin unten gefahren, da war eine Bremse. Ich bin ganz oben gefahren, da war eine Bremse. Oh shit! Du wieser! Irgendwo. Ich bin ganz unten gefahren. Ey, wundern Pro bist du auch oben gefahren, Alter. Du wieser Schwanz-Grabscher, ey. Wieser Schwanz-Grabscher, ey. Ich hab aber jetzt gesehen. Okay, soll ich euch was verraten? Ah, was hast du gesehen? Ich hab gesehen, dass ihr vorher schon runtergefallen seid. Das heißt, ihr müsst erst unten fahren und dann nach oben. Höchstwahrscheinlich. Aber die Frage ist, ab wo, ne? Also... Scheiße, ich bin jetzt wieder da, Alter. Digga, ey, Nuki, was machst du da? Erst unten und dann hoch! Nein! Ey! Digga, Bullets! Aber so ist es doch, oder? Woher soll ich das wissen? Ja, keine Ahnung. Ich bin unten gefahren und dann hoch gefahren. Bin trotzdem in Speed gefahren, äh, Bremse gefahren. Keine Ahnung. Warte mal. Hier. Und jetzt oben. Nein, ey! Wo ist denn der Scheiß, Mann? Oder... Ich hab noch nicht einmal der Aussortiere erwischt, ey. Mich auch nicht. Mich schon so arschoft, also jetzt mal ernsthaft. Aber ohne Mist, ich glaube, ich kenn die Lösung. IT4? Koralle. X-Koralle, hör auf! Ich glaube, überall ist da was. Digga! Ey! Wo muss er denn jetzt fahren? Ja, alles zu! Alles zu! Alles zu! Und am Ende ist das alles... Digga, scheiße! Koralle kannst du knicken, Alter! Wie? Warum? Ja, weil das viel zu früh ist und du mega langsam bist, ey! Ja, du musst den zweiten von unten fahren. Hä? In Zigga, wie fahr ich denn? Was für einen zweiten von unten, Nuggi! Warte mal! Warte mal! Ey! Lass es doch! Also am Ende ist das alles, was wir hier machen. Wir haben leider keine Rakete mehr gehabt, ey. Ich hab auch schon E gedrückt. Ich hab auch schon E geblutet. Ja. Oh Mann. Das ist das halt alles, was wir hier machen. Lass es doch mal machen. Ich hab's doch. Lass es doch mal! Lass es doch mal! Und? Ey! 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 mich einfach gegen die Stange gegen. Kein Stück, ich hab mich nicht mehr berührt, Alter. Oh doch. Kein bisschen. Sogar in Zeitlupe ist das sichtbar. Okay, Aris ist drauf. Also geht's mit der Koralle. Nein. Warum denn die Koralle? Also. So, ne, oder? Ich glaube, er ist gar nicht den Board gefahren. Ne, muss der doch gar nicht fahren. Ne. Muss man den Board gar nicht fahren? Ne, den muss man nicht fahren. Digga, es ist ein geiler Troll gewesen. Aber jetzt kann man auch denken, Boxershorts? Nein, es ist keine Boxershorts, ist ja ein Troll-Race. Warte, warte. Nur wenn ich es nicht schaffe, auf das Ding draufzukommen. Du wirst es nicht schaffen. Da sind überall Bremsen. Das versuche ich jetzt zu beweisen. Ich habe gerade einen Weg gefunden, mit dem ich Sienna rangekommen bin. Ja, mag ja sein. Aber. Okay. Bin gerade ganz unten am Rand gefahren. Und den muss ich immer ganz gerne ein bisschen zu. Aber. Wenn ich das schaffe, Digga, dann setzt Aris den Boxershorts auf. Respekt. Respekt. Nuri, hier geradeaus fahren nur. Ja, ich habe es auch gesehen. Also ich bin da übrigens rückwärts auf die Plattform drauf gefahren. Warum rückwärts? Ja, wegen dem Speed. Ah, Deko zu. Und. Ah. Also, dann haben wir es geklärt. Aber geiler Troll, muss ich sagen. Ja, Respekt. Aber es wirkt leider in unserem Regelwerk immer so ein bisschen wie ein Boxershorts. Es hütet sich hart wie Cheaten an, ja. Es ist auch Cheaten. Es ist nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich muss das sagen. Ich muss das sagen. Wie? Aris? Ja, nein. Ja, was? Lol, Aris einfach. Erster Platz. Absolut verdient. Ich habe den toll durchschaut. Einer, ey. Fickt euch, Alter. Kürzlich ins Ziel, oder was? Ey, ist doch easy. Du musst doch nur runterfahren da jetzt. Ja, aber rückwärts. Nee, gerade, 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 gerade. Loil, Marvin, auch rein. Ich habe das gerade vorwärts gemacht und bin noch gegen den World gefahren durch die Speeds. Echt? Soll, ja. Da musst du aber nur langsam nach vorne fahren, Brudi. Da sind Speeds davor, Junge. Ja, ich bin da auch vorwärts gefahren. War kein Problem. Das wäre aber auch einige Male passiert. Danke, dass ich das nicht beenden durfte. Bitteschön. Ist Nugi auch nicht das Ziel. Ja, schon wieder eine Bullet Map, die ich nicht beendet habe. Da habe ich dritten. In diesem Schwanz-Krapscher, Alter. Wieso ihr? Ich will schauen. Marvin ist da zweit, ist rein, kann ich auch nix zu. Ist Nugi dritter. Mal schauen, wer das Rennen nie beendet hat. Das will ich nochmal ganz kurz nachschauen. Pick dich, Marvin. Erstmal unverdient an der Stelle. Ja, ja. Richtig unverdient. Okay. Und? Ehrenhaft los, so rum. Ehrenhaft los, ja, stimmt. Der war gut, der kommt. Okay. Ja. Ja, ich würde sagen, verdient dritter Platz. Das war aber sehr, sehr knapp, Nugi, oder? Das war, nö. Also, ich dachte schon, ich schaff's nicht, aber der Speed davor, der war schon ein bisschen böse. Ah, okay. Ja, gut, dann, ähm. Ja, miesen Lutscher. Drehen wir jetzt noch ein bisschen am Rad, denn Deco hatte jetzt hier nicht so viel Glück. Vielleicht hatte er Glück. Ich war die ganze Zeit erster. Dann fahrt ihr einfach ins Ziel. Ich habe die ganze Zeit gewartet, da habe ich gesagt, wo ihr langfahren musst, äh. Müsstet ihr nicht muss. Ich hätte gerne ein Mystery Gift oder Papa brauchen neue Strümpfe. Ich glaube, das ist besser. So, ich drücke mir die Daumen. Irgendwas Nices, irgendwas Geiles, irgendwas Farbenfrohes. Ich hoffe, du gewinnst das Taxi. Ey? Digga, 7500 RP. Dankeschön für gar nichts. 10.000 RP ist bei mir geworden. Ach, komm, leck mich doch am Sack, ey. Deco, mach was vernünftiges. Ja, mach mal was Geiles. Ich bin immer noch im Ladebildschirm. Noooi. In meinem Styler Meiler Outfit im Casino angekommen. Nice. Die Karre will ich schon mal nicht haben. Ich hoffe, ich bekomme ein Mystery Gift oder Klamotten. Cool. 3, 2, 1. Knäugers. Come on, baby. Glück sei mir holt. Klamotten gewonnen. Pinkfarbener SN Hoodie. Ich hoffe, ich finde den. Seht ihr dann in der nächsten Folge Muchachos, ob ich ihn gefunden habe oder nicht. Habe ich nämlich an. Das wird richtig geil. Im Pinkar Hoodie wird richtig geil zu dem Hut kommen, glaube ich. Was euch gefallen hat, Muchachos. Daumen nach oben, Schwellern, Beschreibung auschecken, bis du die Spray gehauen. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye, bye. Ciao, ciao.